Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Bekannte, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge hier von Einbürgern und Test. Fragen und Antworten Die Fragen mit Antworten Welche politische Städte für die Osterverträge? Willy Brandt Wie heißt Deutschland mit vollem Namen? Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Wie viele Einwohner hat Deutschland? 80 Millionen Welche Farben hat die deutsche Flaggen? Welche Farbe hat die deutsche Flagge? Schwarz-Rot-Gold 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 Wie wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Wer wird als Kanzler der deutschen Einheit bezeichnet? Helmut Kohl Helmut Kohl Helmut Kohl Welches Symbol ist im Planersaal des Deutschen Bundestages zu sehen? Welches Symbol ist im Planersaal des Deutschen Bundestages zu sehen? Dann haben wir da ein Symbol gesehen, auf dem Wand, gleich da an die Fenster Der Bundesadler Der Bundesadler In welchem Zeitraum gab es die deutsche Demokratische Republik DDR? 1949 bis 1990 1949 bis 1990 Wie viele Bundesländer kamen bei der Widervereinigung?